So Leute, heute sind wir in Phantasialand mit... Thomas. Ja, der Thomas hat mich gefragt, ob ich mitkommen will. Hast du vielleicht noch irgendetwas, was du den Zuschauern sagen willst? Thomas. Mit zu wenig Schlaf und viel zu viel Koffein intus, begann für die beiden Vollzeit-Weirdos ein völlig neues Abenteuer. Du Thomas, hier ist aber echt viel los, muss ich sagen. Ja, mega, hier ist ja ultra viel los gerade. Leute, ihr werdet es mir nicht glauben, ich habe gerade ein Foto gemacht mit Alf. Der Weg versprach, sich schweresmütig zu werden. Doch Obacht, Thomas kannte eine Abkürzung. Hier ist der Eingang. Oh, da gehen wir jetzt rein. Oh ja. Das ist ganz schön düster. Das wird hier ausgeraubt werden, Thomas. Das ist ja fast schon in Frankfurt hier, die Gasse. Hat das zu? Warum ist ja kein Durchgang? Nee, wir müssen hier hoch. Hier, das ist halt der Durchgang, oder? Nee. Wir haben uns einfach verfehlt jetzt, oder was? Dieser Pisser. So wanderten die zwei Brussaltos durch alle Lande. Leute, wir in Klugheim. Digga, die Namen hier ist, als ob es so eine Genshin-Map ist, ey. Von Chinesien bis nach Afrikanistan. Einfach in Afrika hier gelandet. Was ist los? Volles Abenteuer hier, Alter. Freu dich nicht zu früh, du kleiner Käckling. Zeit, mein Leben zu ficken, Leute. So, das ist die nächste Traktion für heute. Glaubst du, dass es sicher ist? Ja, ja. Jetzt werde ich in die nächste Traktion geschleppt. Dabei will ich gar nicht mehr. So, wir gehen jetzt in die nächsten Bahn. Thomas, du musst mir jetzt versprechen, dass hier das nicht so schlimm wird, okay? Nee, nee. Das, Freunde, ist der Klang meines Todes. Au! Nach einer Magenleerung wurde es Zeit zu rassen. Jetzt suchen wir uns etwas, was zu buden, damit wir es später wieder rauskotzen können. So, heute Fünf-Sterne-Menü, Curry, Bratwurst. Mal gucken, wie das Essen hier wird, oder? Ich habe hohe Erwartungen. Und es wurde geschlemmert und geschlimmert. Doch da lauerten die nächsten Schrecken. Nicht der Frankfurter Hauptballhof, aber fast so schlimm. Die Geisterbahn. Oh, spooky, Digger. Oh Gott, Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Das ist ja das hässlichste Monster, das ich in meinem Leben gesehen habe. Weiterhin kurieus setzte sich die Quest in einer bizarren Taverne fort. Thomas, ich glaube, das muss nicht so sein. Das bewegt sich alles. Dort ließte man sich verzaubern. Oh Gott. Oh, das ist so ein Stress. Oh, ja. Und war geil, oder? Erst mal einen Herzpack bekommen hier. So spannt der Tag. Die Nacht brach ein. Lichter weist in einem den Weg. Oh, shit. Das war schon sick. Das war schon top tier. Aber war schon nice. Joa, Junge. Einfach Drogentrip hier. Die Reise neigte sich dem Ende zu. Was blieben waren Erinnerungen vom Hosenkaliber. Und Kombinationen am Parkplatz. Oh, mein Herz.